Was geht ab, ihr Zocker? Und wir haben heute wieder eine weitere Schlacht in Chivalry 2. Wir greifen diesmal den Schwarzwald an und versuchen, den Herzog umzunieten, was die anderen ja damals nicht geschafft haben. Und welche Farbe haben wir überhaupt? Ihr wisst, in dem Spiel habe ich leichte Farben, Schwächen. Wir sind sogar rot. Ja, das brauchen wir doch gar nicht. Jungs, Angriff! Oha, die kommen da alle vom Wald! Diese verfluchten blauen Schweine! Oh, hat das wehgetan? Oh, ich habe voll einen aufs Wandel bekommen. Ey, warum spawn ich und musst gegen vier kämpfen? Ich könnte mich wieder aufregen, ey. Einfach durchlaufen, Jungs. Ein bisschen ducken. Meinst du, die sehen dich da nicht? Dann nimm doch das Gras mit, Junge. Vielleicht hast du ja Glück und kannst noch einen Pappkarton oder den Busch nehmen wie bei Fortnite. Gut, leg ihn ab, Robin! Angegriffen! Ich hasse Barrikaden! Ey, mach die uns kaputt! Oh, danke! Nee, ich habe dich nicht getroffen. Nein, den gelben Damage, den habe ich nur so bekommen, nehme ich mal an. Bei mir stand zumindest kein Team-Schaden, aber ich habe zufällig Gegner getroffen. Ja, ja, mich hast du getroffen, du Arschloch. Der Team-Schaden war schon verdeckt. Der stimmt bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Ach, Junge, jetzt habe ich noch gegen Feuer. Warum laufst du gegen Feuer? Weil ich mich aufrege wegen dem Robin, weil er wieder Team-Damage macht. Und er weiß das ganz genau, dass er mich getroffen hat. Und jetzt sagt er so, nein, weiß ich nicht. Weil es da nicht stand, deswegen stimmt er nicht. Als ob der lesen würde. Spar dir deine scheiß Analysen! Ab ihn! Und weg! Oh, komm her! Hey, hey, hey! Blue Boy! Boah, mein Teammate, Alter! Auf wessen Seite bist du denn? What the fuck? Ja, Junge, ja, hau ihn weg! Ja, was macht ihr denn da? Echt, ohne Scheiß? Da kriege ich ja echt so viel. Boah, haut die doch einfach kaputt, Jungs. Macht doch nichts. Hängen sich die Wagen auch so lecky bei euch? Ja, gut, ich meine... Da lief die Beta besser. Ja, aber ich nehme an, die Beta hat auch nicht jeder. Ich denke mal, jetzt kommen die ganzen Spieler, die das auch gekauft haben. Plus die Beta-Spieler, ne? Jungs, ich habe Pferdescheiße gefunden. Bogenschütze, hier, nehm Pferdescheiße. Du bist von Pferdescheiße K.O. gegangen. Besser bist du gestorben. Ich hatte jemand mit Pferdescheiße überbrochen. Ja, also ganz ehrlich, da wirst du sogar vom Himmel weggeraufen. Achtung, da kommen die Backstreet Boys. So. Mein Öltopf. Oh fuck, Alter. Junge, Junge, Alter. Heilen, 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 komm. Hello Kitty-Pflaster drauf, dann wird das schon. Okay, der Wagen rollt, Jungs. Jungs, von der rechten Seite kommen wir rein auf mich. Ich komme. Ja, schieß die ab. Bist du Bogenschütze? Alter, du bist ja echt, du bist durch Stunden angekommen. Danke, aber ich mache, ey, danke, ihr macht so Kills, ne? Weil ich schieße euch die ganze Zeit die Gegend an, ne? Dass ihr den Damage habt. Du kannst ja auch nicht in den Kopf schießen, dann in den Direktor. Bogenschütze sind unbeliebt, das spielt an sie. So, weg mit dir. Ja, kommt, Prinz, Philipp, was willst du, hä? Los, mach ich grad. Dann mach ich es eben. Au! Oder auch nicht. Da kommt wieder so eine Mülltonne. Oh, Jesus, ey. Auch von rechts kommen wieder welche. Und das Geleit ist hast du da, Jungs. Drei, vier, blau. Also, wenn ich hier mehr blau als sonst was lese, dann gefällt mir das gar nicht. So, hab ich dich. So, direkt mal Vorräte nehmen. Ja, wir haben das Geleit drüber, Jungs. Oder? Das ist doch noch der Millimeter. Ach, komm, dann. Schieben! Ah, okay, das ist... Schieben! Ja! Hey, warte mal. Haben wir jetzt auf einmal mit einem Sprung das Ganze gemacht, oder wie? Ja. Bei mir war es bei drei Viertel von Pupp waren wir drin. Nee, bei mir war es schon fast da vorne. Weiter geht's, Jungs. Jetzt müssen wir uns das Tor holen. Alter Schwede, das sieht nicht gut aus. Aber egal, das Problem kriegen wir schon gelöst. Hey, how are you? Boah, du Bogenschützer, Alter. Weg mit dir. Oh, bist du auch auf ihn losgegangen? Der packt dich so ab. Alter, was will der mit seinem Knüppel? Hä? Alter, das Ding mag Schaden, ne? Der Knüppel? Echt? Ja. Ist der so OP? Ja. 75, wenn du es auf den Gegner wirst. Aha. Weg mit dir. Und es verlangsamt seine Heilung und so weiter. Oha. Ey, Junge, ich bin tot fast. Au. Egal, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt das Geleit schulen, Jungs. Bringt das Geleit weiter. Komm, Feuer. Der hat feuerfeste Reifen. Der schafft das. 3 Uhr 28 nachts. Okay, aber das sieht gut aus. 6 Minuten 12 und wir haben das Geleit fast durch. Denn sie steht da oben mit seinen Adleraugen. Junge, ich mach hier Headshots. Was willst du probieren? Ah, hab ich dich. Öltopf. Brennen. Oh, ist der heiß. Falls ich mal ein neues Spawn, ne? Ja. Halt mal 4 gedrückt und geht dann auf deine Mutter. Deine Mutter? Ja. Der hat dir gefallen, ne? Der E-Boot. Nee. Der hat da so einen 8 langen Text in erlabert. Irgendwas mit Refall, to your family, to your members. Von der fucking Walle ist er weggeschossen. Komm her, Junge. Ey, was ist das denn hier? Äh. Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin gefangen. Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Hallo, Nancy. Ich seh dich. Ach, du, Nancy. Da kommt einer von dir. Hinter dir. Hinter dir. Ich hab auch mit dem Gegner mit einem Messer geworfen. Ah, ah. Oh, der ist von der Ballester. Ich hab ihn jetzt mal getötet. Oh, hab ich ihn. Ich hab mal den, der dich überraschen wollte, getötet. Das ist nicht gut. Ich hab ihn gesehen, aber deswegen hab ich aufgehört, auch den von der Ballester. Aber wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt die Marikaden vernichten, Jungs. Oh, schöne Dekoration. Ah, ey, ey. Ich guck mir gerade die Deko. Oh, 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 okay. Ich guck mir die Deko nicht an. Ich weiß, ihr habt was dagegen. Oh, hat das nie getan. Und... Aber piss dich. Der hat mich kaputt gemacht. Fuck. Das kommt davon, wenn man so ein Cocky spielt. Ich habe eine Fackel, Jungs. Ich hab eine Fackel. Was hab ich denn? Hier eine Fackel, hä? Ich red ganz vor der Seite. Die achten hier nicht drauf. Alter, das ist ja geil. Hab auch geworfen. Bin aber jetzt tot. Eine hab ich kaputt. Ich hab das Gefühl, dass wir hier viel Spaß haben werden. Ich hab auch eine abgefackelt. Alter, die haben ja eine Verteidigung. Das ist der Wahnsinn. Komm, Fackelträger. Team Fackel, Angriff. Glaubst du, die sehen mich, wenn ich hier so runterkläge? Fuck, fuck, Alter. Ich hab eine Fackel geworfen. Geschafft. Ich wollte gerade die Deckung geben, aber da kam einer. Alles gut. Der eine hat sich gedacht. Nein, das mach ich nicht mehr. Ich geh schwimmen. Und dabei könnte man hier nicht schwimmen. Gut, aber die haben jetzt nur noch eine Fackel. Was machst du denn hier? Schrankdienst oder was? Ich wurde... ...getötet. Au. Äh, Alter, ich hab schönen Dekoschmuck. Jetzt nicht mehr. Ich hasse Bogenschützen. Ich hasse sie. Kann ich jetzt mit dem Katapult schießen? Wenn es gleich da ist, ja. Tim, ich helfe dir. Hinter dir, Tim. Alles gut. Danke. Ui, Fö ist tot. Ja. Blast an sie. Jawohl. Da guckst du aber jetzt doof, hä? Hast du jetzt geteweckt? Ekelhafter. Du auch. Nein. Nein, du, das war es nicht. So, ich komme. Ich geh jetzt gerade nach Pult, Robin. Nee, der ist kaputt gemacht. Dann müssen wir es reparieren. Ich repariere es gerade. Ein, ach, ich werde nicht einen Stein in der Hand haben. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ah, ich zieh, 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 gezogen. Tim, ich hab Felsen in der Hand. Okay. Ich weiß nicht, wie zieht man denn? Ah, wir haben uns fast beide getötet, jetzt verbinden. Feuer! Ich hab einen Spieler mit abgeschossen. Ey, das hat funktioniert. Ich hab das Tor getroffen. Gut geaimt, Tim. Gut geaimt, Alter. Ich wusste schon immer, dass ich ein guter Sniper bin. Nachladen. So, weg damit. Ich bin auch in den Felsen, Jungs. Und einmal nachladen. Hab ich. Und anvisieren, zielen. Feuer! Links von dir kommt einer. Haben wir das Tor getroffen. Haben wir den Fels, Robin. Genau, mach weiter, weiter, weiter. Schnell, schnell. Der hab mich gekauft einfach. Push it to the limit. Feuer! Oh, gut gemacht, Robin. Weiter, weiter. Oh, Robin, weg, weg. Ich hab keine Waffen in der Hand. Was ist das für ein Scheiße? Ich hab, ich hab nur Dolch. Das ist nicht gut. Ja, ich hab das Katapult verlassen. Ja, du kriegst auch sowas für Dolch. Oh, da kommt so gut die Verstärkung. Ich hatte gar keine Waffen. Au. Nächster. Da hat mir irgendein Wichser seinen Scheiß. Äh, wieso hab ich mein Schein ist despawned einfach aus der Hand? Arrivederci! Also, das fängt ein bisschen ordentlich so das Leben. Mal Katapult schießen, was? Aber sieht witzig aus, Tim. Lohnt sich mal. Ich hab mich ja schon geschaut. Ja, wir haben's jetzt gleich. Schieß. Sieht witzig aus. Wie siehst du mit dem Rechnen? Oh, ich bin da. Ist doch kaputt. Kanzi, geh auf Katapult. Okay, Junge, schieß mich. Schieß mich. Jaaaaaaaaaa. Ohaah. Danzi, ich bin da. Okay, das war schon cool. Das war schon cool. Kapiis mit deinem Knübel. Weg. Ja, wir haben das Tor durchgebrochen, das Haupttor. Ich bin hinter dir, dann sieh! Feuer! Feuer! I'm on fire! Ich bin nicht mehr on fire, I'm on dead. Einer brennt. Das ist Feintruch, wir bekommen. Unsere Spieler liefen jetzt gerade rein ins Feuer, frei will ich wieder kommen. Ja, ich hab jetzt ne... Angriff! Boah, irgendwie brauche ich was für mehr Reichweite gleich. Oh, Herzog hat schon einen Schaden bekommen. Boah, Junge, Junge, die kommen alle durch die Tür. Das sind zu viele. Die greifen einfach frontal an, wie geil ist das denn bitte? Okay, ich brauche mal was mit mehr Range. Kerzenständer! Komm her! Boah, der Reichweite! Kerzenständer! In die Menge rein, Alter! Ich war halt constant lowlife, ich konnte mich weder heilen noch irgendwas. Alter, was sind Kerzen? Und hab gut gegen die zwei geholt und dann... Alter, was der Kerzenständer für geile Dinge hat. Der hat schon ne geile Range. Ey, Tim! Ja? Du wolltest noch was mit Range, oder? Wo bist du? Ey, ich bin grad tot. Wir treffen uns vor dem Haupttor. Alles klar! Alter, was ist das denn? Ne Lanze! Wo warst du die denn hier? Die hinkt da. War eBay Kleinanzecke gekauft. Gott! Meine Hose ist ein Raketensilo! Alter! Jetzt müssen wir uns aber den Herzog mal holen hier. Den bösen Herzog vom Schwarzwald. Alter! Range nennt man das. Schon wieder Rage! Oh! Hä? Oh! Ach, Pogen! Komm her, Pogenschütze! Au! Gekontert! Wir haben einen langen Schwert erhöht. Oh! To Tag Team war das. Okay, Tag Team gegen Lanze ist unfair. Oh, wir haben noch eine Minute Zeit, um den Herzog umzuliehen. Ah, gut, der lebt nicht mehr lang. Tim bleibt mal oben stehen. What the fuck! Was zur Hölle? Was sei das? Du musst, ob ich dich runtertreten kann. Ein paar Sekunden später. Jaaaa! Fress meine Axt! Tim! So schweißt man. Aber ja, wir gehen zu einer Schlägerei mit ohne Treten. Aber Haare ziehen und beißen. Hahaha! Ja, das war's jetzt mit dem zweiten Teil von der legendären Schlacht vom Schwarzwald. Ich und Robin, wir treffen uns jetzt mit einer Schlägerei mit ohne Treten. Aber mit Haare ziehen und sonst so ein Scheiß, ne? Ihr habt's ja eben mitbekommen. Ihr bekommt jetzt noch eine schöne Endcard gleich reingedonnert mit schöner Musik. Haut euch irgendwie den Abonnierbutton in der Mitte rein oder guckt euch andere Videos an und drückt dann das Abonnierzeichen. Ich sag jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.